Hallöchen meine Lieben, ich bin mal wieder da. Ja, ich war mal wieder in der Stadt, weil ich mitbekommen habe, dass es eine neue P2 LE gibt. Und ich wollte auch unbedingt was aus der Colibri LE von Catrice haben und habe mir etwas gekauft daraus. Da ist auch ein Produkt bei, das ist auch Limited Edition, aber anders halt. Und naja, fangen wir mal mit dem Hall an. Da habe ich mir als erstes von der P2 LE dieses Lippenbalm mitgenommen. Das ist dieses Juicy Lip Balm. Ich mache das mal für euch auf. Ja, davon gibt es drei verschiedene. Es gibt einmal Apfel, dann gibt es Vanille und Erdbeere. Und ja, das Gefriene geht wieder los. Schön! Ja, ich wieder, ey! Oh, Leute! Oh, Leute! Mein Nagel geht schon kaputt. Scheibenkleister. Da seht ihr mal, wie feste die das zumachen! Ah! Das Teil hat den Kampf verloren. Ich habe gewonnen. Ja. Ja. Das fragt sich nur, wie ich das aufkriege. In der M ging das doch so einfach auf der Tester. Warum geht das denn hier nicht? Ach, Manu! Das bricht richtig angenehm, lecker nach Vanille. Das ist dieser Vanille-Geruch, wie ich ihn mag. Und so sieht das von innen aus. Das ist 010 Vanilla Passion. Könnt ihr das lesen? Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das lesen könnt. Naja. Finde ich, ist auch nicht so schlimm. Die Kosten, glaube ich, soweit wie ich mich erinnere, je Stück 2,45 Euro. Es ist überhaupt nicht teuer. Und ja, ich weiß nicht, ich stehe sowieso irgendwie auf diese Lippenbein. Ich weiß nicht, die haben es mir angetan. Und ich finde das Design auch richtig süß. Und ja, das war das. Dann habe ich mir noch eins in Erdbeeren mitgenommen, wie ich das gerade schon mal angekündigt habe. Alles hier auspacken für euch. Ja. Das riecht lecker nach Erdbeere. Also das riecht richtig lecker nach Erdbeere. Und ja, ich finde das hier auch süß, dass da Erdbeeren raus sind. So sieht das halt aus. Könnt ihr nochmal sehen. Das ist... Das ist... Äh... Die beiden habe ich mir auf jeden Fall mitgenommen. Sind richtig toll. Ja, am Apfel habe ich auch gerochen, aber Apfel fand ich jetzt nicht so toll. Dann habe ich mir noch 2012 AXE Final Edition mitgenommen. Weil, wie ihr ja wisst, bin ich so drauf, dass ich auch Männerdeos benutze. Und das ist halt so ein richtig guter Männerduft wieder. Also das passt wieder perfekt. Und dabei werde ich wieder verrückt, weil... Ich weiß nicht. Ich habe es irgendwie mit Männerdeos. Da bin ich ganz ehrlich. Also, ja, ich habe es in der M gekauft. Boah. Jetzt riecht das hier so, als man hier ein Kerl wäre. Boah. Voll geil. Ich glaube, Tom von Tokio Hotel, da wird das auch benutzen. Weil, äh, ja, irgendwie passt der Duft auch zu ihm. Naja. Anderes Thema, andere Abteilung, gell? Ja. Ähm. Was habe ich noch gekauft? Ich habe noch zwei Sachen gekauft, das weiß ich. Okay. Ähm. Ähm. Ich habe hier zum einen, ohne Silikone, Limited Edition, jeden Tag, Shampoo. Himbeere, jedes Haar betörendes Dufterlebnis von Balea. Ja, Limited Edition, wie ihr lesen könnt. Die M-Marken-Qualität. Oh, okay. Wollen wir mal riechen? Hm. Das riecht irgendwie wie Kaugummi. Und wie, äh, ich weiß nicht, kennt ihr das? Es gibt da so eine Kinderzahnpasta. So riecht das auch. Das riecht auf jeden Fall auch richtig lecker. Und, ja, kann ich mir gut vorstellen. Äh, damit hat mich eine Freundin angefixt. Sie, ähm, hat in YouTube nur so einen Kanal, wo sie, ähm, halt andere Leute guckt. Also sie macht jetzt keine Videos oder so, aber sie hat mich halt darauf gestoßen. Finde ich richtig gut. Das kostet, soweit wie ich mich erinnere, 65 Cent. Ist also überhaupt nicht teuer. Werde euch dann, wenn ich es getestet habe, sagen, wie es, äh, sich verhält. Und ob ich es gut finde oder ob ich es schlecht finde. Ja, irgendwie ist das gerade gemeint, dass dieser Männerduft da ist. Weil, ja, ich, ähm, ja, ich stehe da drauf. Ja, das war jetzt ein bisschen blöd gesagt, aber naja, gut, ne. Und dann habe ich mir noch aus der Catrice Cosmetics Nectar Gloss mitgenommen. Aus der, ähm, Colib DLE ist das. Das ist C01 Birds Flying Hike. Und, ähm, ja, das ist dieser blaue. Ich, ähm, hab gehört, dass der, wenn man den drauf macht, dass die Zähne dann weiß aussehen. Und, ja, also, ich wollte den unbedingt haben und bin froh, dass ich ihn gekriegt habe. Und freue mich darüber. Ähm, ja, ich habe noch so ein paar Kleinigkeiten gekauft, aber die zeige ich euch nicht, weil, äh, ja, die sind für zwei Leute. Die eine Person kriegt, ähm, Sonntag schon ihre Sachen und, äh, ja, die für die andere Person werden in einem... So, meine Lieben, ähm, ja, ich wollte euch ein schönes Wochenende wünschen. Und, ja, wundert euch jetzt nicht, dass es hier ein bisschen dunkler ist. Ich musste jetzt eine, ähm, kleine Weile warten, weil mein Akku von der Camp Club gemacht hatte, wo ich euch ein schönes Wochenende wünschen wollte. Und, ja, das fand ich nicht so toll, aber ich kann es nicht ändern, ähm, an dieser Stelle wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Und, ja, ähm, wenn welche von euch Lust haben, sich am Sonntag mit mir und der BitScore 2008 zu treffen, könnt ihr das gerne machen. Wir werden in Essen sein, am Hauptbahnhof und, ja, also, das war jetzt so im Großen und Ganzen mein Video an der Shopping-Ausbeute und, ja, ich kann euch noch ein, ähm, Ei of the Day machen. Kann ich machen, dann nehm ich euch mal mit hoch. Hoppala! Joa. Machen wir das mal so, ne? Ja. Also, auf meinen Augen habe ich, ähm, erstmal den Cappuccino Please von, äh, Essence verwendet, natürlich, wie kann es anders sein? Und im äußersten Winkel, da so, habe ich mit so einem Strich den, äh, Deliria Show gezogen. Das war nämlich genau der Lidschatten, womit die Niki, Niki, Niki's Beauty Channel, heißt so, glaube ich, mich angefixt hatte. Und, ja, ich bedanke mich bei dir. Du bist wirklich toll. Und, ja, ich kann euch auch noch ein Outfit of the Day machen. Da habe ich hier mein T-Shirt an Can't Get Enough von New Yorker. Und meine Röhrenhose von, äh, Colosseum. Ja, meine Lieben. Das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch mir mal gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal sehen. Und schön die Ohren steif halten.